Musik Vom Amt aufboten, hinter den Kulissen vom Kanton Zürich. Endlose Gänge, x Türen mit genormten Namenstäffeln und dahinter eine diffuse Masse verstaubten BeamtenInnen. Das Klischee hat wohl kaum jemand so schön vertont wie der Mani Mater, der notabene selber Beamte war. Er war vom Amt aufboten am Freitag vor den 9. Bestraf im Unterlassungsfall im Hauptgebäude Block 2. Im Büro 146 persönlich gatt zerscheinen und ist zum Haupteingang am halben 9.00 reinkommen. Vom Eingang steigen auf und dann nach rechts hat er sich gewendet. Ist durch einen Längengang, den wieder rechts und den geradeaus. Der zurück und wieder links, bis wo der Korridor hat geändert. Der wieder zurück und geradeaus, weiter mehr und mehr konfus. Ist doch, hat er durch die Längengen gerufen vor den 9.00. Bestraf im Unterlassungsfall im Hauptgebäude Block 2. Im Büro 146 persönlich gatt zerscheinen und durch die Längengen, da hat man das Echo gehört davon. Hier bin ich, hat er gedacht, schon gewesen, nein, der beim Hecken kommen. Nein, vielleicht wieder, nein, es ist anders, warum geht's jetzt da? Ich habe doch gemeint, aha, jetzt noch der vorne, nein, ich schumme. Was ist denn das, da geht's, jetzt weiss ich nicht mehr, wo ich stehe. Und der, der aufgebotten war am Freitag vor den 9.00. Bestraf im Unterlassungsfall im Hauptgebäude Block 2. Im Büro 146 persönlich gatt zerscheinen ist immer weiter gelaufen und ist nie mehr rumgekommen. Da bin ich doch froh, ist es mir anders ergangen? Weil auch mich hat das Amt aufgebotten und zwar mit dem Auftrag, in verschiedene Amtsstuben reinzuschauen und genauer hinzuschauen, wo unsere Steuergelder hinfliessen. Zum Auftakt entschlüsseln wir in dieser Episode das sogenannte Beamten-Deutsch. Also ich kann den gut nachvollziehen, den Frust. Mir geht es da ja nicht anders. Also komplizierte Texte, die verärgern auch mich. Ich finde es auch nervig, vor allem, wenn es auch einfacher ginge. Die Kommunikation zwischen Beamtinnen und Bürgern ist wahrlich nicht immer einfach. Aber der Kanton ist dran. Erfahren habe ich das im Büro 146 bei Emic Sahin. Sie arbeitet als Kommunikationsmanagerin beim Kanton Zürich. Emic Sahin, ihr seid im Team Kommunikation und Entwicklung beim Strassenverkehrsamt vom Kanton Zürich. Ihr habt dort auch einen Sprachleitfaden entwickelt für verständliche Kommunikation zwischen Behörden und Öffentlichkeit. Wann habt ihr das letzte Mal einen Brief bekommen, ein amtliches Schreiben, wo ihr gedacht habt, das ist jetzt so typisches Beamten-Deutsch, ich verstehe nichts. Oder ich muss ihn fünfmal lesen, bis ich etwas verstehe. Das war tatsächlich während des Studiums. Also ist schon einige Jahre her. Also ich bin von Haus aus Germanistin. Meine Zunft ist bekanntlich überall und nirgendwo zu Hause. Und dann erschließen sich einem manche Berufsfelder erst auf den zweiten Blick. Und für diesen Fall hat die Agentur für Arbeit in Tübingen, das ist vergleichbar etwa dem RAF hier, ein spezielles Angebot eben für Akademikerinnen und Akademiker. Also sehr oft Arbeitslosenunterstützung. Genau. Und die beraten Studierende oder auch Absolventinnen und Absolventen bei der Berufsplanung. Und während des Studiums hatte ich eben Kontakt zu dieser Behörde und habe auch ihre Sprache kennengelernt, das sogenannte Behördendeutsch. Das war quasi ein Kulturschock für mich, weil es sehr konträr war zu meiner Sprachwelt. Obwohl ihr dazu mal im Studieren gewesen seid. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil Amtsdeutsch, das typische Amtsdeutsch, das ist doch nochmal anders. Und diese Merkblätter, die sie da haben, die sind teilweise 50 Seiten lang, mit ganz vielen Verweisen versetzt auf Rechtstexte, andere Merkblätter. Und dann überkommt einen natürlich beim Lesen das Gefühl, ui, ich verstehe irgendwie gar nichts. Dabei wäre es ja wichtig, dass die Leute alles gut verstehen. Denn im Idealfall hilft ihnen die Beratung so sehr, dass sie nach dem Studium dann direkt ins Berufsleben einsteigen können. Sonst müssen sie allenfalls eben Arbeitslosengeld beziehen, während sie auf der Jobsuche sind. Und das ist jetzt ein Beispiel aus Deutschland. Aber dass die Kommunikation von Behörden für viele Menschen schwer zu verstehen ist, das hat eben nicht nur in Deutschland Tradition. Das hat auch in der Schweiz Tradition. Genau. Also viele Menschen haben Mühe, offizielle Schreiben zu lesen. Das ist einfach so. Und das zeigen auch viele Umfragen. Es gab eine Studie vom Bund. Die hat herausgefunden, dass jede sechste Person in der Schweiz Mühe hat, selbst einfache Texte zu verstehen. Also nicht nur Menschen, die jetzt nicht perfekt Deutsch können oder die Deutsch Fremdsprache ist, auch sehr viele andere. Man bekommt Briefe, man bekommt Anweisungen. Noch schlimmer wird es bei Steuererklärung oder Abstimmungsmaterial. Noch schlimmer wird es bei den ganzen Sozialversicherungen, was ja sowieso ein unglaublich komplexes Thema ist. Und ich kenne das auch aus meiner eigenen Erfahrung. Also man wird dann einfach hessig, wenn man wie etwas möchte, sollte machen, aber es einfach nicht versteht, was man dann machen sollte. Inwiefern könnt ihr den Frust nachvollziehen? Also ich kann den gut nachvollziehen, den Frust. Mir geht es da ja nicht anders. Also komplizierte Texte, die verärgern auch mich. Ich finde es auch nervig, vor allem wenn es auch einfacher ginge. Meine Erfahrung ist, dass sich das zunehmend verändert, besonders in den letzten Jahren. Und bei uns im Kanton Zürich, da geht der Trend auch ganz klar in diese Richtung. Also eine bürgernahe, klare und verständliche Sprache. Ihr habt ja auch eben den Sprachleitfaden mitentwickelt. Ich glaube, vor fünf Jahren ist der lanciert worden. Quasi Regeln, wie Behörden kommunizieren sollen. Was hat denn den Ausschlag gegeben, den Sprachleitfaden überhaupt zu entwickeln? Also wir als Straßenverkehrsamt, der Sprachleitfaden ist ja nur für uns, genau, also auf Stufe Amt. Das ist so. Also wir sind natürlich ein Kompetenzzentrum für Verkehrssicherheit. Das heißt, wir sind zuständig für Fahrprüfungen, Fahrzeugprüfungen, Zulassungen und Verkehrsabgaben. Aber wir sind eben nicht nur ein Betrieb, der technische, administrative und juristische Kompetenzen vereint. Wir sind auch ein Betrieb, der enorm viel kommuniziert. Also wir kommunizieren mit über einer Million Kundinnen und Kunden im Kanton Zürich. Und für sie wollen wir natürlich die bestmögliche Lösung bieten. Und eine klare, verständliche, aber auch freundliche Sprache, die hilft uns natürlich dabei. Und es ist eine Win-Win-Situation. Also uns hilft es natürlich, Ressourcen einzusparen. Wenn unsere Schreiben verstanden werden, das führt natürlich dann zu weniger Missverständnissen und Rückfragen. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Kundinnen und Kunden zufriedener mit unserem Service. Könnt ihr so ein konkretes Beispiel geben, was dann in diesem Sprachleitfaden vorgegeben wird, was man machen soll oder nicht machen, bei der Kommunikation? Ja genau, vielleicht noch zum Hintergrund. Also wir haben ihn gemeinsam erarbeitet, diesen Sprachleitfaden. Das ist wirklich auch noch ein wichtiger Aspekt. Es ist nicht so, dass wir ihn im stillen Kämmerlein sozusagen erarbeitet haben, nur die Kommunikationsfachleute. Sondern es war ein Team aus den Abteilungen, also die dann diesen fachlichen Input reingebracht haben, Juristinnen und Juristen. Und natürlich die Kommunikationsfachleute. Das ist einerseits natürlich, dass wir darauf achten, dass die Schreiben dann immer inhaltlich korrekt sind, juristisch wasserfest, aber eben auch bürgernah formuliert. Und Bürger und Bürgerinnen sehr beteiligt wurden. Das in dem Fall nicht, nein. Aber wir machen ja immer wieder Umfragen, beispielsweise die Kundenumfrage zuletzt 2022, wo wir auch dann direkt abholen bei der Bevölkerung, so wie zufrieden sie eigentlich sind. Und das schließt für uns auch den sprachlichen Auftritt natürlich ganz klar mit ein, unsere Kommunikation. Und da sind die Rückmeldungen durchweg positiv. Also wir werden immer mit gut bis sehr gut benotet. Und jetzt eben zum Sprachleitfaden selbst ist es so, dass wir uns natürlich immer fragen, also im Vorfeld, für wen schreiben wir eigentlich? Wir nehmen die Sicht der Lesenden ein und gehen im Zweifelsfall davon aus, dass unser Gegenüber wenig oder kein Vorwissen hat. Und dann so die Grundregel ist, dass wir sagen, wir schreiben direkt und einfach. Also möglichst abstrakte Begriffe weglassen, konkret werden, auf Gesetzestexte verweisen natürlich, aber vielleicht dann in einem normalen Brief eher am Ende und nicht im Lauftext. Dann eher aktiv statt passiv verwenden, weil das ist auch etwas, was quasi typisch Behördendeutsch ist. Schreiben Sie einen Brief, es wird ein Brief geschrieben. Genau, genau. Und das gibt es noch oft. Und in dem Fall ist auch immer unklar, wer soll jetzt eigentlich was machen. Und rein auf sprachlicher Ebene zwingt uns ja das aktiv sozusagen zu sagen, wer was machen soll. Und das ist sehr hilfreich. Genau. Kein Behördendeutsch, auch das ist Teil unserer Grundregeln. Also wenn ihr das so sagt, kein Behördendeutsch, ist denn nicht das Behördendeutsch all das, dass man es eben mit Fachbegriff, juristisch verklausuliert, mit Passivsätze, einfach im Gesamten unverständlich, ist für mich quasi Synonym vom Beamten Deutsch. Ist das für euch etwas anderes? Das ist natürlich jetzt aus ihrer Sicht so. Für uns ist Behördendeutsch, wir haben das mal runtergebrochen auf Floskeln, verstaubte Begriffe, alles, was irgendwie umständlich antiquiert tönt. Alles andere ist für uns, sind so Schreibweisen, auch Fragen des Stils, sage ich jetzt mal. Also wir gehen da wirklich so in die sprachlichen Grundlagen. Ja, Behördendeutsch vielleicht auch zum Hintergrund. Also das ist auch nicht unser Selbstverständnis. Also wir sehen uns nicht als Beamtinnen und Beamten. Das sind wir ja auch de facto gar nicht. Also der Kanton Zürich hat diesen Status schon vor Jahrzehnten abgeschafft. Und darin zeigt sich ja auch das Staatsverständnis oder auch die Haltung gegenüber der Bevölkerung. Also wir haben einen gesetzlichen Auftrag, den erfüllen wir im Interesse der Bevölkerung, zum Wohl der Bevölkerung. Und unser Verständnis, also wir sind Angestellte beim Kanton und wir begegnen der Bevölkerung auf Augenhöhe. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und auch in der Sprache, also ob ich jetzt freundlich auf Augenhöhe jemandem begegne, in einem wertschätzenden Ton oder im Befehlston schreibe, das macht einen grossen Unterschied, finde ich. Hat es nennungswertig, inwiefern der Sprachleitvater irgendetwas verändert hat? Haben Sie das überprüft, was da überhaupt etwas gebracht hat? Also wir haben das jetzt nicht quantitativ erhoben. Es ist eher so, dass wir über das Ganze gesehen merken, es gibt einen Effekt. Wenn wir bestimmte einzelne Schreiben aufsetzen, da spüren wir das ganz deutlich. Wenn es dann keine Rückfragen gibt oder es positive Rückmeldungen gibt, das gibt es auch tatsächlich. Also die Leute beschweren sich nicht, wenn wir Schreiben einfacher formulieren. Im Gegenteil, sie sind froh drum. Über das Ganze gesehen merken wir schon, dass es was bringt. Ich würde euch gerne einen kurzen Text vorlesen, vor der Homepage vom Strassenverkehrsamt Kanton Zürich. Und ich hätte gerne, dass ihr den benotet, im Hinblick auf den Sprachleitfaden und auf Verständlichkeit. Gut. Anmeldung zur verkehrsmedizinischen Fahreignungsabklärung. Die Verkehrszulassungsverordnung schreibt vor, dass Ärztinnen und Ärzte mit der Anerkennungsstufe 1 bis 4 medizinische Untersuchungen machen dürfen. In der Verfügung oder im Schreiben, das sie von uns erhalten, steht, welche Anerkennungsstufe die Ärztin oder der Arzt in diesem Fall haben muss. Auf www.medtraffic.ch finden Sie eine Ärztin oder einen Arzt mit der nötigen Anerkennungsstufe in Ihrer Nähe. Ganz ehrlich, da haben wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Den Text sollten wir überarbeiten. Es hat noch ein paar lange Sätze. Also bei uns die Faustregel ist, ein Satz pro Gedanke. Also keine langen, verschachtelten Sätze und auch möglichst keinen Nominalstil. Nominalstil? Das heißt, dass man aus Verben Substantive macht. Wie zum Beispiel bei unentschuldigtem Fehlen oder bei Nichtausführen und so weiter und so fort. Das führt dann auch zu langen Sätzen, langen, verschachtelten Sätzen, mit denen man recht Mühe hat. Und die Note, um darauf zurückzukommen, also das wäre dann schon eher eine 4 wahrscheinlich. Ich habe euch eben noch etwas vorenthalten. Gerade unter dem Text hat es noch ein Video, das man schauen kann, das nachher beschreibt, wie man genau die Ärztinnen und Ärzte finden kann in der Schweiz. Also von dem her, es hat eine Hilfestellung mit Video. Man muss einfach den ersten Teil, der doch relativ kompliziert ist, zuerst verstanden haben, um überhaupt zu wissen, wie das Video jetzt einem weiterhelfen kann. Schafft ihr einmal mit Ton und Video, was ja auch noch eine Möglichkeit wäre, um Sachen verständlicher noch mitzuteilen, mit zum Beispiel einem Filmchen oder so. Wie oft macht ihr das? Das machen wir sehr oft. Also das ist auch etwas, was wir jetzt verstärkt angehen, bei uns im Team und auch im gesamten Betrieb. Das machen wir auch intern, diese Videoproduktion. Gerade bei so komplexen Inhalten, Infografiken, Videos, Erklärvideos, das hilft ungemein. Emek Schein, ihr gebt auch Kürze für die Angestellten vom Strassenverkehrsamt, wie sie verständlicher kommunizieren können. Aus diesen Kürzen heraus könnt ihr beurteilen, woher denn das kommt, dass das so schwierig ist. Ist es die Angst, irgendetwas Falsches zu schreiben oder ungenau zu schreiben? Ist es die Bequemlichkeit, irgendeinen Text abzubrechen? Oder ist es Unsicherheit oder ist es Unwissen, mit wem man überhaupt kommuniziert? Was ist es? Also ich denke, dass es mehrere Gründe gibt. Zum einen das Thema Rechtssicherheit, das spielt eine grosse Rolle. Und zum anderen auch die Schreibkompetenz der Mitarbeitenden. Wenn ich das ausführen darf, also unsere Texte, die sind ja rechtsverbindlich. Sie müssen juristisch wasserfest sein. Und dann neigt man eben schnell dazu, sich am Gesetzestext zu orientieren oder auf die Gesetze zu verweisen, die dem zugrunde liegen. Und dabei müssen wir ja gerade deswegen klar und verständlich erklären, warum wir oder unsere Kundinnen und Kunden etwas tun müssen, was danach passiert. Und das andere ist, es geht eben auch um die Frage der Schreibkompetenz. Manchmal wirkt es so, als wäre kompliziert gleichbedeutend mit kompetent. Diese Erfahrung machen wir auch zum Teil, vor allem, wenn wir eben Texte von unseren Fachleuten zum Redigieren erhalten. Zum einen liegt es daran, dass unsere Expertinnen und Experten schon so vertraut sind mit bestimmten Abläufen, Prozessen und Begriffen, dass ihnen manchmal einfach der Blick von außen fehlt. Dann gibt es natürlich auch die Vorstellung davon, was ein guter Text ist. Viele denken, dass ein guter Text irgendwie elegant, schön formuliert sein soll oder ein Behördentext hochoffiziös klingen muss. Und was wir immer und immer wieder sagen in unseren Schreibkursen ist, habt Mut, schreibt so einfach wie möglich. Stellt euch einfach vor, wie würdet ihr das einer Kollegin erklären, in einfachen Worten und erst danach verschriftlichen. Also erst mal mündlich, wie würdet ihr das erzählen? Und dann kommt erst sozusagen das Schreiben. Und das hilft ungemein. Und ich denke eben, ja, Schreiben ist halt kein Hexenwerk, es ist einfach Handwerk und das kann man auch lernen. Und bei uns geht es ja nicht darum, irgendwie literarisch oder besonders schön zu schreiben. Nein, es geht darum, einfach zu schreiben. Und das ist manchmal auch gar nicht elegant. Auch das kommt vor, dass wir Sachen wiederholen. Aber darum geht es ja auch gar nicht, dass wir schön und elegant schreiben. Wenn wir jetzt einen Blick werfen auf die Bevölkerung vom Kanton Zürich, das ist ja etwa, auch in der Schweiz, etwa ein Viertel hat keinen Schweizer Pass. Sehr, sehr viele haben eine andere Muttersprache. Inwiefern wird das berücksichtigt, dass eben sehr viele Leute gar nicht so gut Deutsch können? Das wird immer mehr berücksichtigt. Also es gibt neuerdings auch eine App, einfach Data, die ist von der Koordinationsstelle Teilhabe im Statistischen Amt. Das ist ein Prototyp für Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung. Und diese App, die kann unsere Texte auch bewerten. Also es ist noch im Prototyp, also in der Pilotphase sozusagen. Aber ich finde das genial, weil wir können damit unsere eigenen Texte, also da reinspeisen und diese App, die Basis eben so ein Algorithmus, bewertet dann die Texte auf ihre Verständlichkeit hin, automatisch in Punkten von schwer verständlich, durchschnittlich verständlich bis hin zu gut verständlich. Und da kann man natürlich einfach mal schauen so. Und nachher macht sie einen Vorschlag, wie ihr müsst könnt einfach... Genau, genau, tatsächlich. Genial. Das ist genial. Also diese App ist natürlich nicht dafür gedacht, dass sie einfach... Also die kann natürlich nicht die Texte für uns schreiben. Aber so als Backup, so wenn wir das Gefühl haben, das könnten wir vielleicht noch einfacher formulieren oder speziell jetzt für eine bestimmte Zielgruppe. Natürlich uns ist bewusst, dass ein Viertel der Bevölkerung im Kanton Zürich einen ausländischen Pass hat. Ich nehme an, dass viele davon auch Deutsche sind, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele, die nicht Muttersprachler sind. Beispielsweise auch die ukrainischen Flüchtlinge mit dem Schutzstatus S. Wenn wir jetzt Schreiben aufsetzen für Sie oder Webseiten speziell mit Informationen für Sie aufbereiten, dann wissen wir natürlich im Vorfeld, okay, dann müssen wir das natürlich noch einfacher formulieren. Und da hilft natürlich so eine App. Das ist natürlich so super. Eine Hürde ist die Sprach, die Sprachfähigkeit. Es gibt noch ganz viele andere Hürden. Aktuell wird ja sehr viel diskutiert über Integration, Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die eine Behindertenrechtskonvention, die die Schweiz unterzeichnet hat, verlangt tatsächlich, dass die Verständnisbarrieren abbaut werden, dass verschiedenste Leute mit verschiedensten Beeinträchtigungen gut, einfach könnt ihr die Informationen ankommen. Wie weit sind ihr da? Oh, da läuft ganz viel. Also gleichzeitig gibt es natürlich auch noch viel zu tun. Das ist uns auch bewusst. Also wir arbeiten laufend daran, die Hürden abzubauen für Menschen mit Behinderung. Wir kommen damit natürlich unserem Auftrag nach, gesellschaftliche und politische Teilhabe für alle zu ermöglichen. Beispiele dafür sind auf unserer Website, also dass wir versuchen, eben Inhalte in einfacher Sprache zu verfassen oder sie so anzupassen. Videos, dass sie dann untertitelt sind oder es eine Audiodeskription gibt. Bei PDF-Dokumenten, auch das ist ein großes Thema. Da müssen wir darauf achten, dass Designs kontrastreich sind, dass die Strukturinformationen hinterlegt sind. Also damit beispielsweise Hilfsmittel wie Screenreader für Blinde auch funktionieren. Also mit der Leserichtung geht es jetzt von links nach rechts, von oben nach unten, Silbentrennung automatische. Also all diese Dinge, da sind wir dran. Aber es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Das ist uns bewusst. Es gibt ja ganz verschiedene Mitteilungen, die den Kantonen, Behörden ihren BürgerInnen vermitteln wollen. Eine spezielle, die haben ihr auch immer jetzt im Gespräch wieder angesprochen, die sogenannten Verfügungen. So die Mitteilungen, die rechtlich verheben müssen. Das ist ja dort wahrscheinlich die allergrössten Herausforderungen bestand. Können Sie schnell zuerst sagen, was ist genau so eine Verfügung? In dem Fall wäre das beispielsweise, dass jemand zu schnell Auto gefahren ist oder unter Alkohol- oder Drogeneinflussstand. Und dann müssen wir allenfalls den Führerausweis entziehen für eine bestimmte Zeit. Und dann verfügt der Kanton quasi. Also verfügt in dem Sinne, dass er diese Anordnung schickt, diesen Entscheid. Und das ist eben einseitig durch die Behörde und die Person, die es betrifft, die kann dann einen Widerspruch einlegen. Und sehr oft sind genau die Verfügung, es ist ja wie ein Widerspruch, weil einerseits sind die Verfügung ja ja unglaublich wichtig, weil eben es ist rechtsverbindlich, man muss irgendetwas machen oder eben nicht mehr machen. Und andererseits sind sie wahnsinnig kompliziert formuliert. Wie geht denn das zusammen? Also ja, es ist tatsächlich so, dass wir bei den Verfügungen selbst wenig Spielraum haben. Es sind juristische Vorgaben und auch formale Vorgaben. Aber es ist so, also tatsächlich stellen sie wirklich nur einen Bruchteil von dem dar, was wir als Straßenverkehrsamt an Schreiben rausschicken. Das sind ja Millionen von Schreiben, die wir rausschicken. Und diese Verfügung, die machen wirklich nur einen kleinen, geringen Teil aus. Aber wir haben uns vorgenommen, die Verfügung sprachlich zu überarbeiten und deutlich zu vereinfachen. Ich kenne einige Beispiele tatsächlich aus meinem Bekanntenkreis, die so verfügbar liegen geblieben sind, weil die Leute einfach nicht verstanden haben, was sie da genau machen müssen. Das ist ja für beide Seiten mühsam und es ist für beide Seiten wahrscheinlich auch sehr teuer dann mit der Zeit. Könnte man nicht sehr viel Geld sparen, wenn man die Kommunikation zwischen Behörden und Bürger und Bürgerinnen vereinfachen möchte? Ja, wahrscheinlich. Das ist so auch unsere Überlegung immer, auch bei den Sprachkursen. Da überlegen wir uns immer, wie viel investiere ich eigentlich in das Schreiben? Und unsere Haltung ist wirklich, es lohnt sich. Also sich da irgendwie mal ein, zwei Minuten vorher zu überlegen, was wirklich wichtig ist, um eben Rückfragen, Probleme zu finden oder im Worst-Case-Szenario, dass das Schreiben erst gar nicht gelesen wird oder sogar weggeworfen wird. Also das wollen wir natürlich nicht. Aber eben, wir stellen diesen Effekt fest, dass wir immer wieder, also über das Ganze gesehen, dass wir mit dem Sprachleitfaden und unseren Bemühungen eben um klarer, einfacher, verständlicher zu schreiben, dass wir da wirklich, ja, Erfolge erzielen. Eben, ich schaue ihn zum Schluss was euren wertvollsten Tipp für eure Kollegen zum verständlichen Schreiben. Vielleicht zuallererst Mut haben, einfach zu schreiben. Also einfach vielleicht mit dieser Vorstellung brechen, dass Schreiben besonders elegant sein muss. Also das, was man im Deutschunterricht lernt. Ich glaube, mit dieser Vorstellung können wir brechen. Das war zumindest meine persönliche Erfahrung. Also eben, ich bin Germanistin von Haus aus. Ich habe das gelernt. Und hier, und das schätze ich sehr, habe ich das Schreiben neu gelernt, mich aufs Wesentliche zu fokussieren. Also was ist wirklich wichtig für mein Gegenüber? Auch das ist, finde ich, also eine Form der Wertschätzung. Also mit der Zeit meines Gegenübers sinnvoll umzugehen, weil wo lesen denn unsere Kundinnen und Kunden, also unsere Mails beispielsweise, vielleicht nach der Arbeit im Tram? Ja, ich finde, das ist auch eine Form der Wertschätzung. Und vielleicht eben vor dem Schreiben überlegen, für wen schreibe ich? Wie kann ich das jemandem erklären, der nicht vom Fach ist? Und im Zweifelsfall lieber ein Niveau tiefer wählen und in Bezug auf den Text selbst, also wirklich schauen, wie kann ich den Text so aufbauen, gestalten, dass die Kernaussage wirklich an erster Stelle steht und Floskeln weglassen so. Aber das ist eben so ein bisschen Deutschunterricht umgekehrt. Jetzt haben sie ganz viel Tipps, eure Kollegin. Ich bin gespannt, merci vielmals. Danke. Von dem Amt aufboten, hinter den Kulissen vom Kanton Zürich. Dieser Podcast ist in der Verantwortung von Shaila Fritschi und Karin Frey vom Kanton Zürich, produziert, hat eine Podcast-Schmiede. Wir danken dem Zeitglocken-Verlag und dem Matter- und Co-Verlag für die Rechte am Stück vom Amt aufboten von ManiMatter. Alle Episoden findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf der Webseite vom Kanton Zürich.